Willkommen bei ProfiSnap.de. Heute habe ich meine Lieblingsliege für Sie und zwar die Doppelschaukelliege. Wow! 104,31 von Willi Schillig, hier in der Ausführung Schwarz. Derzeit haben wir auch welche in Creme und in Stone. Was zeichnet diese Liege aus? Sie sehen es schon, sie ist sau bequem. Und man kann auch zu zweit drauf liegen. Genügend Platz auf 1,25 Meter mit der Länge auch zu zweit zu schaukeln. Man kann aber auch ganz gemütlich einfach ausschaukeln und dann ruhig liegen bleiben. Und wenn Sie dann noch einen Teppich drunter haben, dann wird es noch angenehmer und ruhiger. Wenn Sie mehr schaukeln wollen, kein Problem. Rein durch Körpergewichtsverlagerung können Sie hier das Schaukeln wieder verstärken. Hier haben Sie eine Kopfteilverstellung im oberen Drittel des Rückenbereichs. Per Rasterbeschlag, so können Sie es so einstellen, dass Sie nach vorne schauen oder so einstellen, dass Sie schneller einschlafen. Die Liege, wow, hat vergromte Kufen. Normalerweise macht es einem Hartholz-Paket nichts aus, sodass Sie sich hier keine Gedanken machen müssen. Aber wie gesagt, ich finde es, meine persönliche Meinung ist es, dass die Liege besser funktioniert mit einem untergelegten Teppich. Eine echte Zierde für Ihren Raum. Wollen Sie Ihren Raum aufpeppen? Wollen Sie was Besonderes? Wollen Sie eine Liege für zwei Personen? Dann rate ich Ihnen zur Wau. Wir haben jetzt eine kleine Kleinserie auflegen lassen mit wenigen Stücken in Schwarz, in Clem und in Stone. Schauen Sie, was zu Ihnen am besten passt und dann schnappen Sie zu gut. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt. Sau bequem.